Lass mal rein! Ja, Kitter! Ein... 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 Ich immer noch einweg! Ja, so weit weg! Ja, so weit weg! Nein! So, so, ich bin mit dem Stuhl. Da geht's weg! So verstanden! Ich bin mit dem Stuhl. Ein... Oh, da kann man mal genau hin! Ich glaube, du... Okay. Lass mal weiter! Ey, die kommt voll vom Verloren! Guck mal genau hin! Guck genau hin und achte drauf! Okay, ist das nicht in dieser Welt! Und sag das mal weiter! Das muss vollkommen... Und zwar den Gleis benagelt sich! Ich will das ja nicht wissen! Ich will das ja nicht wissen! Was für ein Spiel? Ich will das ja nicht wissen! Tascha! Also, zum Dauer, so viel, wenn es nicht weit kommt, äh... Er ist nicht auf ihn nach. Ja! 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 Das hast du nicht! Ja! Das hast du nicht! Das hast du nicht! Das hast du nicht! Das ist ein Fade! Denn, wo gewollt? Haaah... Haaah... Wir gewollt! Knud! Alles klar! Knud! 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 Knot! Knud! 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 Guck mal, das ist Knud! Klo! Ohne Klo! Ohne C-I-C-Lot! Klo! Oh, Scheiße! Ich habe die Klo durchbeheben, oder? Ohne Karten, oder? Mit Alkohol, oder? Ja, natürlich! Ich kann nicht mehr... Das ist lustig! Das ist lecker! Kannst du haben, Schenkig... Prozent 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 vorliegen Prozent Prozent die Hälfte die Begründung der Begründung ich war aber nur ein Teil der Begründung weil wir die Strecke ich möchte ja auch denn er gibt nur eine Möglichkeit die sein kann aber woher ist das nach oben da woher kommt und nach oben ist das nach oben weg Olli, könnt ihr hier gut schwierige Wörter merken? Ahhhh die droht einfach mal los Perfekt weit von mir mach' ich mal was zu drücken Warte mal, ich mach' ich erstmal was zu drücken ok, ok, ok ok, ok ok, ok, ok ok, ok, ok Schade, ich bin schuldig Leid, ich möchte gleich mal die Wälder nicht tun Oh, oh, oh Was für ein Arzt? Was für ein Arzt? Radiologe. Und wo? In Hamm. Ah! Cool. Mach mal zum Hydrocephalus, was das ist. So, wie geht das Spiel jetzt? Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Los! Kannst du mir sagen was ein Hydrocephalus ist? Ja, das ist ein Wasserkopf. Gut. Hat mein Wasserkopf? Wie doch! Nur so, ich hab das mal gehört, aber ich muss nicht was das ist. Ein Hydrocephalus ist ein Wasserkopf. Oder zum Beispiel Erektile-Dysfunktion. Was? Erektile-Dysfunktion. Ey, 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 ey! Ey, der kriegt weg! Jetzt kann es, der blöd! Wenn der Schwanz nicht richtig hoch geht! Impotent. Ja. Gut. Ja, na! Er ist da! Er ist wirklich da! Er ist da! Er ist wirklich da! Er ist wirklich da! Ja, na! Wenn er da genau so ist, dann kann er mit ihm nicht mehr... Ja, ja! Weißt du, was das ist? Das geht nur noch! Das geht nur noch! Er ist der, der ist der! 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 Er ist der! Jana, ja? Ja, er ist der! Er ist der, der ist der! Wir sind die Kollegen! Wir sind die, die O-Rekter! Schhalte, manne Kollegen! Ach so, wir werden nicht! Alter, Scheiße! 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 Warum Scheiße? Ja, oder? Ist doch ein Scheiße, oder ist das? Das ist doch ein Scheißer, oder? Das ist doch ein Scheißer, oder? Das ist so unglaublich. Scheißer, Yippie! Oh ja! Meine Kinder, meine Alter, sind alle weg. Ja, das ist doch ein Scheißer, oder? Jippie! Juuu! Ihr Kommentar? Nein, ich kann den Kommentar nicht sagen. Nein, 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 nein. Ich kann den Kommentar nicht sagen. Halleluja! Doch mich, 2010! Was? Was? Was machen wir mit 2010? Was machen wir mit 2010? Was machen wir mit 2010, ey? Saufen! Haha! er hat er hat er hat er das Geh doch mal hin und guck. Geh doch mal hin und guck. Jetzt geht er sogar. Nein, er geht nicht. Aber müssen sie kommen? Erscheinen. Ich frag ihn ja gerade. Was hast du gerade gesagt zum Thema, wenn du ihm was nicht hochkriegst?